Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Diebe Voucher mit unserer Neblessa. 20 Uhr, Tag 100, Händler-Reset ist heute gewesen. Wir fahren natürlich auch die Quests abgeben. Ich muss jetzt gerade selber nochmal kurz reinschauen. Wir haben einmal eine 4er-Abhol-Quest, da wird es Zeit, dass wir die abgeben. Und auf dem Weg dahin schauen wir mal, was wir hier noch erledigen können. Und wir werden mit unserem Jeep fahren. Wir haben ja die Materialien schon mal alle hier eingerichtet. Das hier alles werden wir jetzt gleich brauchen. Dann werden wir den Jeep ankicken. Und dann gehe ich aber runter und besorge uns noch Metall. Denn wir brauchen auch für die Fallen draußen noch jede Menge Material. Jetzt lasse ich mal ganz kurz gucken. Ich nehme das einfach jetzt alles mal hier rüber. Ich nehme aber an, dass dieses eine Teil, das wir noch bauen wollen, schon noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird. Jetzt gleich, pass mal auf, wir haben jetzt noch 4 Stück fehlen. Hier habe ich auch nochmal durchgejagt. Jawohl. 34 Stahl sind jetzt noch in der Mache. Plus hier keine. Dann mache ich hier nochmal den Ankicker von 32. Und hier mache ich auch nochmal den Ankicker. So, das brauchen wir schon mal alles für die Fallenreparatur. Hier habe ich schon die Munition ausgeräumt. Jetzt guck mal. Uns fehlt jetzt im Prinzip noch das Fahrwerk, ja? Ja, wie gut. Also, ich drücke auf Fertigen. 3, 2, 1. Jetzt, pass auf, 2 Minuten 46. Dann haben wir alles. Und dann würde ich den Truck tatsächlich in Auftrag geben. Und dann gehen wir runter und fahren noch ein bisschen. In der Zeit kann ich schon mal sagen, dass ich das hier gleich aufrepariere. Das, das. Und die auch noch. Ich repariere schon mal meine Sachen. Ah ja, guck mal, wir hatten ja noch so ein Ambus-Teil. Da ist einer drin, wenn ich es richtig sehe. Ne, der ist verschlossen. Mal kurz ausschalten. Hau ich den mal hier rein. Sehr geil. Einschalten. Hä? Ach, weil der gerade in Benutzung ist. Deswegen ist der geschmolzen. Da war aber keiner drin jetzt, ne? Ich habe jetzt nichts versaut oder so. Das kann nämlich schon mal passieren. Wie lange dauert denn das jetzt hier noch? Sollen wir noch was anderes machen? Weil wir jetzt runtergehen, wegen 2 Minuten. Ich habe auch schon mal soweit alles hergerichtet. Also brauchen wir einen Sprit. Unsere Lockpicks. Ich mache bestimmt noch eine Mission. Eine schöne, große. Und dann lass mich mal ganz kurz gucken. Wie sieht es denn hier aus? Da ist auf jeden Fall noch jede Menge Holz drin. Und wenn ich jetzt... Ich gucke mal, vielleicht haben wir noch ein bisschen Material für Schießpulver. Wenn nicht, müssen wir ja Kohle. Kohle ist ja immer unser Problemchen. Aber ich habe die Munition schon rausgeräumt, die wir dann brauchen werden. Hier sind schon die nächsten 450 Stück drin, ne? Ölschiefer und Kohle. Aber Kohle, ey, wir haben so wenig Kohle. Kann sein, es ist aber noch nicht so weit, dass es dunkel wäre, ne? Ich überlege gerade, ob wir nochmal kurz rausgehen. Muss ja aber auch nicht unbedingt sein. Hier ist keine Kohle drin. Jetzt verräumen wir das hier noch kurz. Das kann hier drauf snappen. Das passt. Das weiß ich auch ganz schnell, wo es hinkommt. Die werden wir noch mit dem Händler mitnehmen. Da weiß ich auch sofort, wo es hinkommt. Die Tür können wir noch kurz einpassen. Wir haben doch da oben nur so billige Holztüren verbaut, ne? Hier ist, glaube ich, eine Stahl. Dann mache ich die da vorne raus. Dann haue ich uns die hier kurz raus. Und setze mir dafür die hier kurz rein. Ist ja schon mal gescheiter. Wollte gerade sagen, wo willst du hin? Tür. So, dann sind wir hier schon mal eine Nummer extra geschützt. Ich kann ja noch mal kurz die Gärten hochgehen. Es geht jetzt darum, dass ich eben den Truck in Auftrag geben will, bevor ich runtergehe und Material hole. Dass das zeitgleich alles fertig wird. Ah, hier haben wir ja erst aufgeräumt. Alles klar. Dann gehen wir jetzt runter und warten die paar Sekunden direkt vorm Bauteil. Kohle muss ich also besorgen. Aber wir haben ja einen Kohlespot außen in der Nähe. Den werden wir dann auf dem Rückweg vom Händler, denke ich mal, durchgehen. Hier ist ja soweit alles aufgeräumt. Das sind meine Bautools oder Baumaterialien dann für die nächste Aufwertung. Genau. Jetzt räumen wir das kurz weg, was ich hier noch habe. Und dann müsste das soweit sein. Und zwar haben wir einmal bei Lebensmitteln einen Kaffee dazu gewonnen. Braucht man ja seit dem Bohrer nicht mehr. Das haben wir dazu gewonnen. Dann haben wir festgestellt, dass wir hier, auch was mir gerade so einfällt, das nehmen wir natürlich alles mit hier zum Handy. Das und das. Ja, dann brauche ich jetzt da kein Schießpulte, aber wir haben 15 Kohle. Da würde ich sagen, machen wir hier auf jeden Fall nochmal eine Farmrunde Kohle und Ölschiefer. Kann man ja schön mit einbinden. Wer weiß, wo uns die nächste große Quest hinführt. Seid ihr da? Habe ich mich zugeschalten. So, das Material brauchen wir jetzt gleich zum Bauen. Und vielleicht können wir uns ja hier mal irgendwie bedienen. Ey, das wollte ich doch sowieso probieren. Hatten wir nicht einen Raketenwerfer? Raketenwerfer. Aber ob wir Raketenwerfer-Munition hatten, das glaube ich nicht. Ich gehe mal ganz kurz ein. Rack. Hier ist mal eins. Weil da brauchst du ja einen Haufen Zeug. Ne, da muss ich tatsächlich erst Munition herstellen, bevor wir den probieren können. Ich gucke nochmal hoch, ob wir irgendwann... Wir hatten glaube ich aber vier Schuss. Ich sehe es jetzt hier nicht. Falls es hier drin wäre. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ja, komm, wir ziehen jetzt den Jeep durch. Dann gehe ich kurz runter. Ich mache natürlich wieder ein bisschen mit euch zusammenfarmen. Ein bisschen was hole ich so raus, ne? Dann können wir nämlich morgen früh gleich aufbrechen. So, meine Lieben. Das letzte Fahrzeug wäre dann der Helikopter-Typ, ne? Wir bauen den Truck bei drei, bei zwei, bei eins. Und Pänzle! Dauert auch bloß zwei Minuten 46. Ja, sehr schön. Dann pass auf. Was wir nicht brauchen, ist das und das. Das sind nämlich eher Baumaterialien. Das nehme ich mit. Den Rest räume ich jetzt gleich wieder weg. Und dann gehen wir unten mal richtig schön Metall rausholen. Würde ich schon einiges einschmelzen wollen. Das kann hier hoch. Das andere nebendran. Motor und so weiter. Ist alles aufgeräumt. Nur noch das Leder wegbringen. Fupp. Und ab dafür. Wie sind eigentlich unsere Werte? Müssen wir essen und trinken morgen früh, bevor wir abhauen? Nahrung? Ja, müssen wir. So, meine Lieben. Gehen wir runter in unsere kleine, super, super süße Mine. Ich weiß noch gar nicht, wo wir jetzt heute rumbasteln. Bohrer habe ich repariert. Sprit habe ich dabei. So muss das sein. Okay, wir könnten natürlich auch mal hier kurz reinlinsen. Weil da war ich ja ewig nicht mehr drin. Ob da nicht irgendwo was ginge. Hier bin ich mal. Hier habe ich mal irgendwann gebohrt, weil bei irgendeinem von euch auf der Map Kohle war. Bei mir allerdings nicht. Und da ging es tatsächlich auch ziemlich weit runter. Das will ich jetzt nicht noch weiter aufbohren. Lass uns einfach mal in die Richtung. Wir sind ja unterm Haus weg, ne? Ja. Lass uns einfach mal in die Richtung ein ganz kleines bisschen. Vielleicht finden wir Kohle. Einfach würde ich sagen, mal bis 0 Uhr machen wir jetzt hier einen auf Entdecker. Stein kann ich eh gebrauchen für Mischung. Wisst ihr ja. Wir können immer alles gebrauchen, ne? Vielleicht taucht ja noch was auf hier in der Ecke. Vielleicht taucht ja bestimmt was auf, wenn wir lang genug dranbleiben. Andere Frage. Können wir nicht... Was vielleicht noch mehr Spaß machen wird. Können wir uns nicht... ...zu dieser Kohlemine... ...einfach mal versuchen, einen langen Gang zu schrauben? Dann müsste ich doch eigentlich, wenn ich dahinter laufe... ...weiß ja, einfach mal so in die Nähe. Dann kann man es ja abmessen. Huch. Andere Frage wäre jetzt... Wie komme ich hier wieder raus? War das hier? Oh, das war hier. Ja, noch ein Stück. Noch ein Stück. Ich glaube fast, dass ich von da irgendwo... Wie wäre es denn von hier? Ja, das machen wir. Wir bohren uns in Richtung diesem Kohlen-Spot einfach mal. Und zwar habe ich hier bestimmt irgendwo... Dann lassen wir mich mal da. Hier ist, glaube ich, gut. Ja, hier sind wir ziemlich gerade. Außerdem kriegen wir da auch noch ein bisschen Metall raus, oder? Das machen wir jetzt. Wir bohren uns jetzt hier rüber. Hier runter zu. Müsste genau südlich sein. Wenn ich mich einfach nur südlich halte, komme ich irgendwann drauf, oder? Oben sehe ich es ja auf der Map, symbolisch. Wer war jetzt wahrscheinlich in einer Nacht nicht schaffen. Aber... ...vielleicht in zwei, drei Zyklen. Wenn wir immer ein bisschen mitmachen, sind wir irgendwann auch durch. Den nehme ich natürlich jetzt aber mit. Ich will ja auch was einschmelzen. Eigentlich wollte ich ja nur einschmelzen. Ich mache das natürlich großzügig hier. Das haben wir gleich noch ein bisschen Matz mitbekommen. Und dann brauche ich ja da eigentlich nur ein bisschen rumscherren. Dann werden wir schon was finden. So. Aber jetzt wird das südlich, weil sonst kommst du keinen Millimeter vorwärts. Dann machen wir das jetzt einfach mal so, würde ich sagen. Pass mal auf. Ein paar Minuten noch zusammen. Ein paar Minuten mache ich dann offscreen. Dann schauen wir mal, wie weit wir heute an den Spot ankommen, oder? Darf sich bloß nicht ablenken lassen und links-rechts bohren. Sonst wird es nicht. Du weißt ja nicht, was dich unterwegs noch hier erwartet. Kann ja natürlich sein, dass nur ein Stein da ist. Dann hätten wir... Dann ist natürlich die Frage, wie schlau die KI ist, wenn sie merkt, dass sie hier in den Dings reinkommt. In das Gebäude. Dann hätte ich wahrscheinlich überall Türen setzen müssen, oder? Wenn ich von oben runter bohre. Aber es ist außerhalb der Ränder-Distanz. Ich glaube nicht, dass die uns da finden. Wissen kannst du es eigentlich nicht. So, weiter. Wie weit zieht man schon? Oh, das geht aber recht zügig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir müssen ja eigentlich immer nur oben. Geradeaus, ne? Wieder ein Stück oben. Irgendwann taucht Kohle auf. Ich spüre das. Oben. Benzin fassen. So mache ich das jetzt mal bis 3 Uhr. Dann würde ich sagen, ich fade uns mal kurz rüber auf 3 Uhr. Dann schauen wir mal, wie weit wir sind. Müssen wir nur irgendwann von oben runter bohren, dann vom Kohle-Spot aus. Weil von unten nach oben bohren, habe ich gehört, ist gefährlich, ne? So, lass uns noch einmal kurz zusammen gucken. Dass wir auch wissen, was ich hier treibe gerade. Ja, also wir sehen uns gleich wieder. So, 3 Uhr hole ich euch wieder rein. Bis gleich. Es ist noch nicht mal 3 Uhr, meine Lieben. Ich bin aufs nächste Material gestoßen. Tatsächlich haben wir Glück und Kohle steht an. Hier ungefähr bin ich gerade. Also es fehlt noch mal die Hälfte vom Weg. Aber hier kam gerade das Geröll. Und es sieht so aus, als ob wir hier auf Kohle treffen. Und das ist natürlich spitze. Weil nämlich der Spot, den ich erreichen will, ist ja auch ein Kohle-Spot. Das heißt, wir haben zwei Stück insgesamt. Guck mal. Hier sieht es echt super aus. Einen Haufen Kohle kriegen wir hier. Ich darf nur nicht einstürzen lassen über mir alles. Hier ist es natürlich gefährlich, das auch mal bestimmt anzuheben. Aber ich hebe trotzdem ran. Ich bohre das jetzt hier ein ganz kleines bisschen auf. Machen wir erstmal hier das. Komme ich da ran? Hier komme ich ran, ganz leicht. Ja, ich muss aufpassen hier. Ich habe auch schon gerade eben geguckt. Ich komme schon wieder nicht raus, weil ich den Weg nicht immer sehe. Hier geht es nach unten mit Kohle. Und hier ist natürlich ein Traum. Guck mal. Da können wir Munition herstellen ohne Ende, wenn ich den raushebele hier. Ich hoffe, der ist größer wie der letzte Spot. Ich dachte, ich hole euch mal dazu beim Kohle-Fund. Einmal den Bohrer komplett durchgeschossen. Vorne haben wir ihn repariert. So, da kam ich her. Alles klar. Mache ich hier mal ein bisschen großräumiger. Dass ich auch sehe, wo der Spot anfängt. Wobei ich kann mich eigentlich hier entlanghangeln. Herrlich. Das sieht ziemlich gut aus. Hier, guck mal. Alles voll wahrscheinlich. Ich mache mal nur den Sand-Zwischenraum ein bisschen raus. Ein bisschen tiefer können wir vielleicht gehen. Nicht allzu tief. Ja, ja, ja. Überall zieht er mir Kohle mit. Ja, herrlich. Komplette Kohlebiete, meine Lieben. Absolut cool. Ziehe dir das rein. Da würde ich jetzt einfach sagen, ich ziehe hier nochmal jede Menge Kohle. Dann machen wir gleich ein bisschen Schießpulver nachher. Sagen wir mal, ich ziehe jetzt hier bis um drei Kohle. Vorne noch ein bisschen Nitrat. Und dann gehen wir hoch, Schießpulver machen. Schnappen unseren Jeep und fahren zum Händler. Bis gleich. Das lohnt sich jetzt mal endlich. Wir haben schon 3000 Kohle geholt. Ich habe nur freigegeben. Aber hier ist alles voll. Also hier kann ich tatsächlich die nächsten Munitionsvorbereitungen ganz beruhigt. Einfach nur runtergehen, Bohrer reinheben und dann läuft die Muni. Jetzt pass auf. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier rausfinden. Das werden wir irgendwann schön anlegen, dass ich mich hier auch auskenne. Hier muss ich tatsächlich ein bisschen wegbohren. Ich habe mich gerade eingekaspert hier. So, jetzt geht es natürlich erstmal darum, wie weit ist jemand denn reingefahren? Das geht. Hier, guck dir das an. Hier können wir natürlich dann immer schön aushebeln noch. Und wir haben noch einen Kohle-Spot in der Nähe. Also es läuft, würde ich sagen. Hat sich gelohnt. Sehr schön. Einfach mal drauf kommen und wir sind direkt ran gekommen. Hier haben wir noch jede Menge Metall. Wir gehen jetzt aber erstmal Nitrat holen. Blei, also Geschossspitzen und Hülsen haben wir jede Menge in Vorbereitung. Was uns halt fehlt, tatsächlich ist Schießpulver. Und jetzt besorge ich uns da vorne nochmal ein bisschen Nitrat. Das machen wir jetzt eben zusammen, bevor wir dann aufbrechen. Essen, trinken müssen wir noch. Und dann passt hier unsere Nitrat-Geschichte. Die habe ich ja auch nie wirklich weiter ausgehoben. Da können wir einfach mal hier, sage ich mal, in der Höhe bleiben. Da werden wir aber irgendwann wahrscheinlich aufbauen müssen. Er läuft. Außerdem gibt es wieder EP, ne? Wie war unsere Game Stage eigentlich beim letzten Mal? Hab ich es schon wieder vergessen. Ja, wir sind über 150. Sehr, sehr cool. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass wir vom Händler eine 5er Quest bekommen, eine coole. Und dann läuft es, ne? Da muss man natürlich dann gucken, was es für eine ist. Damit ich da nicht irgendwie vergesse vorzubereiten, dass wir irgendwie dann heute Nacht haben bald, ne? Okay, noch einmal Sprit rein, würde ich sagen. Den machen wir noch einmal leer, den Bohrer. Haufen Symboler hat es mittlerweile auch damit, ne? Fahrzeuge, X-E, alles mögliche an Symbolik. So, ja, macht schön langsam. Dann musst du es hier mit über... Guck mal, da ist auch ein Kohle-Spot. Genau nebendran, ne? Sehr geil. Also, uns fehlt es erstmal eine ganze Weile nicht mehr an Mats. Das ist aber schön. Da brauche ich mich nur um Messing kümmern. Das läuft. Und da geht es ja mittlerweile auch ziemlich gut. Und auch mit dem Geld und so. Also, ich glaube, dass wir ressourcentechnisch gut aufgekommen sind. Die nächste Zeit. So. Außerdem macht es ja unheimlich Spaß in der Miene, das Zeug auszuschärbeln hier, ne? So, ich muss jetzt nur gucken, dass ich tatsächlich hier ein bisschen mehr gezielt auf dem Material bleibe. Sonst komme ich hoch und habe nur Sand und Stein. Wobei, Zement muss man eh wieder herstellen, ne? So, und dann schauen wir mal, dass wir ausgeglichenes Verhältnis hier abgefarmt haben gleich. Oh, schade. So. Lum, li, lum, li, lum, li, lum. Wobei, ein Haufen Druck. Jetzt haben wir zwei Kohle-Spots. Einen hier vorne, einen hinten und noch einen dritten außerhalb vom Gelände, ne? Ich finde das sehr, sehr, sehr geil. Ja, komm, ein bisschen kann noch. Ein bisschen kann noch. Ist jetzt gut zu wissen, dass wir hier auf jeden Fall Material rausziehen können ohne Ende. Sehr, sehr cool. Ja, komm, da bauen wir uns jetzt noch vor bis zum grünen Streifen. Alles gut. Dann hauen wir ein bisschen Schießpulver durch. Und dann bin ich glücklich und zufrieden. Neues Fahrzeug heute noch am Start. Nochmal geguckt, ob ihr da seid. Ja, ihr seid da. Alles klar. So, raus hier erstmal. Essen trinken müssen wir. Die Tür haben wir oben eingesetzt. Ja, es läuft doch. So, mein Spatzel. Kriegst jetzt erstmal wahrscheinlich was ziemlich Gutes zu essen. Ich muss mal gucken, was da ist, ne? Schießpulver. Schisspulver. Wir brauchen Schiss. Kann ich da ein Stack machen? Zwei Stück, wie gut. Gut. Den Rest haue ich jetzt auch noch durch. Läufti, möufti. Ist natürlich jede Menge Holz drin, aber ist ja wurscht. Kennt man doch. So, meine Lieben. Hier unser Fahrzeugvergleich. Sehr geil. Zement können wir noch ein bisschen durchladen, würde ich sagen. Den haben wir hier drin gehabt. Oh, das ist jetzt so ein bisschen blöd, weil bei dem Zement haben wir nämlich die Problematik, dass kein Stein mehr drin ist. Wieso? Ich bin an der falschen Ding. Ich war gerade, da stimmt doch irgendwas nicht. Hier, ne? Ach Gott, das Ding ist vollgelaufen, glaube ich. Au, bo, 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 bo. Zement, Zement. Ich habe es verbaut. Äh, das Bauen verpennt. Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Dann machen wir das folgendermaßen. Dich nehme ich schon mal raus. Dann gucke ich hier nochmal ganz kurz alles durch. Läuft. Und hier hatte ich doch gerade jede Menge Holz noch drin. Wollen wir mal ausschalten. Hälfte gibt es mir. Einschalten wird weitergebaut. Dann haben wir hier ein bisschen Messing drin, aber da fehlt noch jede Menge. Und hier würde ich sagen, einschalten, Zement durchwalten. Läuft. Wollen wir das einmal auffüllen ordentlich. Jo, da füllen wir auf. Ich mache hier. Ach komm, das reicht. Das reicht. Ich kann es ja dann, wenn ich da bin, wieder nachfüllen. So, und dann hatte ich hier immer wieder Mischung. Und hier nochmal ganz kurz was gucken, dass ich da jetzt kein Durcheinander fabriziere. Da werde ich auf jeden Fall für die nächste Mischung schon mal Stein und Bruchsand lagern. Schön. Ich kann sogar noch mehr herstellen, sehe ich gerade. Aber die kommen jetzt in die Kiste. Sehr geil. Freue ich mich. Jetzt haben wir richtig Munition Möglichkeiten. So, das bleibt hier. Den Stein mache ich auch nochmal hier dazu. Guck mal, hier habe ich auch noch Lehm drin. Das können wir alles dann verbauen. Das geht mit zum Handy. Und das mache ich jetzt hier rein, weil es fürs Aufwerten gedacht ist. Was mich jetzt gerade so ein bisschen irritiert ist. Ich habe nirgends mehr jetzt hier Holz drin. Da muss ich nochmal Holz reinlegen. Dann mache ich hier nochmal eine Viertelstunde Holz rein. Die sind wir nämlich mit Sicherheit unterwegs gleich. Viertelstunde Holz. Warte mal, warte mal. Machen wir das anders. Ich mache das mal so. Zack. Zack. Einschalten. Und. Da ist auch noch jede Menge drin. Das hauen wir hier dazu. Das hauen wir hier dazu. Dann machen wir hier das Einschalten Stahl. 46, wenn wir zurück sind, werden wir da jede Menge noch machen können. Nochmal 34 Stahl raus. Einmal kurz aufsortiert. Material ausgeladen. Ich würde sagen, das lassen wir alles hier. Und jetzt, pass auf. Ist der Wahnsinn. Ich nehme das alles rüber. Ich nehme das einfach alles mal rüber. Weil es ist ja nichts, was da bleibt. Dann können wir gucken, ob wir die Quest annehmen. Den Rest verkaufen wir. Lockpicks habe ich dabei. Unsere kompletten Dinge haben wir dabei. Benzin ist da. Munition ist da. Alles da. Und dieser Cheap wird uns eine Freude sein heute. Jetzt pass auf. Ich würde sagen, äh... Essen wir mal die da. Und die da. Zack. Das machen wir mal rüber. Und Tee hatte ich, glaube ich, noch im Kocher. Und da hier drin, ne? Jupp. Trink mal einen so ein. Und einen so ein. Sehr geil, Leute. Können wir jetzt gleich los. Ich nehme an, ich habe alles. Ganz wichtig ist ja, dass ich die Lockpicks nicht immer vergesse. Die habe ich. Ich habe was zum Schießen dabei. Unser Cheap haben wir dabei. Torrent. Munition. Ist alles da. Komm, wir hauen ab. Gehen wir raus. Gönnen wir uns nochmal eine kleine Ausflugsgeschichte. Auf jeden Fall zum Händler. Quest abgeben. Schießpulver läuft durch. Munition haben wir schon vorbereitet. Ja, super. Super Manibear. Jetzt will ich allerdings ganz kurz was gucken. Weil. Was ist denn das für ein Symbol da hinten? Habe ich das gemacht? Ja, das ist wohl ein Symbol, das ich setzen konnte. Schon wieder vergessen, wann das war. Wegpunkt. Wegpunkt teilen. Auf der Karte anzeigen. Wegpunkt verfolgen. Wir gehen jetzt erstmal hierher. Du bist nichts besonderes. Töte ein paar infizierte Zombies. Gebe mir ein Z. Töte Zombie Cheerleader. Ist das tatsächlich? Aufbrechen zum Sammelpunkt. Komm, wir machen so ein paar von den Aufgaben noch. Ich haue mal unseren Cheap raus. So, meine Lieben. Boah, ist der groß. Boah, ist der groß. Und wir haben Platz wie Sau. Yeah, Baby. Yeah, Baby. Gefällt mir. Mal gucken, wie viel Sprit er braucht. 2.500. Oh, Leute. Da gefällt mir aber. Ich habe gesagt, er ist langsamer und verbraucht mehr Sprit. Ich habe den nur zu 24% aufgetankt. Ey, seid meine Böse. Ich hole gleich nochmal Sprit. Ich habe das blöde Gefühl, der zieht mich nämlich leer. Ja, wie geil. Was ein geiles Quer. Also, da muss ich sagen, designtechnisch absolut cool, oder? Mad Max Feeling kommt auf. Und was für eins. Freue mich jetzt schon auf den Hubschrauber. Also, auf den Gyroskopter. Komm, ja, ich nehme das komplette Benzin mit. Yeah, Baby. Jetzt machen wir zwei von den Quests, die in der Umgebung sind. Und dann geben wir erst ab, ne? Aufgaben erledigen ist auch unser neuer Name. Hoppla. Wenn wir natürlich so weitermachen, lässt alle, wird es nix. Lass mich mal ganz kurz deine Werte checken und gucken, ob du deine Brille an hast. Aus, äh, Nahrung und Wasser. Wir hätten noch mehr trinken können und essen, aber ist ja wurscht, oder? Das reicht doch. Das reicht uns. Glücksbrille haben wir auf. Neues Fahrzeug und am ersten Mal ab geht's. So muss das sein. So ist das Leben. Gott, ist das ein cooles Pferd. Ich will den einmal voll tanken jetzt, ne? Warte mal, da muss kurz wahrscheinlich... Gott, ist das geil. Pass mal auf, ich... Was mache ich da jetzt rüber? Was mache ich da jetzt rüber? Ich würde sagen, machen wir mal die Dukaten hier rüber. Dann kann ich, ähm, eins öffnen. Und tanken, tanken, tanken. So, das war's. Und weil wir es sind, würde ich sagen, auch noch ganz kurz... Ich muss ja mal sehen, wie weit ich jetzt komme mit einer Tankfüllung, ne? So, jetzt haben wir 100% voll getankt. Ab geht's. Irgendwie hat er... Ach so. Ab geht's. Boom. Das mit den Gräben, das werde ich niemals verlieren. Ähm, ich muss ganz kurz gucken, wo wir hinfahren. Alles klar. So, ich drücke natürlich hier meine Shift-Taste, kennt er ja. Oh du, der ist aber nicht wirklich langsamer, oder? Der fühlt sich langsam an, aber wenn ich sehe was, der legt schon einen guten Weg zurück. Er zieht halt Sprit wie Sau. Aber... Haben wir nicht gesagt, dass wir eh nochmal in die Wüste wollen? Ich muss mal nicht mehr durchkommen. Wir müssen halt nochmal Öl-Ski verholen, komm. Ist das ein Gefährt? Absolut heißes Design. Ersatzrad hinten drin. Besser, kannst du mit dem auch mit C springen? Ich würde es uns wuscheln. Wieso fahre ich denn hier rein? Also gut, das ist ein Gefährt, mit dem bleibst du besser auf der Straße, ne? Komm, bevor er mir weglitscht. Ne, ich wollte ihn aufheben. So. Sorry, ne? Ich habe gedacht, ich kann da... Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass es hier so Schlucht ist. So, Spatzl. Sehr, sehr gut. Wenn ich ihn hier raushol. Also. Den Truck. Wenn ich ihn hier raushol und ein bisschen an der Luft kühl. Nein, 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 nein. Wir gehen mal weiter hoch. Ich muss doch da durch die Schlucht durchkommen. Komm, erzähl mir nichts. Ja, ja, ja. Aber stell ihn so rum hin. Ja, Baby. Ja, der glitscht so ein bisschen. Der kratzt noch so arg, gell? Und hat er jetzt die C-Funktion? Oh ja, er hat die C-Funktion. Jetzt hoffe ich nur, dass ich da bald raus will. Ich bleibe mit ihm halt auf der Straße, sobald ich hier raus bin, ne? Fahre ich lieber einen Umweg. Er hat halt ein sehr, sehr geiles Inventar, muss ich sagen. Ah, das ist irgendwo da oben, Leute. Das ist da oben irgendwo. Schätze ich mal. Die machen wir jetzt noch und dann geben wir das Zeug ab. Ich will jetzt auch wissen, was der Händler im Angebot hat. Da vorne ist es am Hang. Was ich halt nicht weiß ist, weil wir machen das kurz ohne. Cheerleader müssen da jetzt kommen. Ach, das sind Cheerleader-Zombies? Wenn du dich natürlich nicht am Kopf triffst, stehen sie immer wieder. Sind das auch wieder bloß drei Stück oder was? Rede mit Händler. Komm her hier, dann machen wir gleich noch eine. Das war das Schwein, Kaninchen. Töte ein paar infizierte Zombies. Die machen wir jetzt auch noch. Ich hätte es früher anfangen müssen, das macht nämlich saumäßig Laune. Wobei ich muss dazu sagen, ich hatte tatsächlich Panik vor diesen Quests, weil da mittlere Schwierigkeit stand. So, lass mich mal kurz gucken, wo das ist. Das ist genau ein Gegensatz. Egal. Das gehört dazu. Koyoten haben wir, glaube ich, nicht auf unserer Liste der Tiere, die ich machen muss. Ein Buch haben wir letztens bekommen. Koyoten und Wölfe. Zieh dich hoch, zieh dich hoch. Vier Prozent Sprit. Naja, es geht mit dem Spritverbrauch. Ich habe mir das Schlimmer vorgestellt. Für Schweine halte ich an. Und für was noch? Welches Tier? Schweine auf jeden Fall. Bär haben wir. Ein Kaninchen. Also ich muss sagen, stylisch finde ich den Jeep auf jeden Fall. Der Lichtkegel ist auch ziemlich heftig, denke ich mal. Ein bisschen Glitschen tut er. Das wäre schön, wenn sich das anders anhören würde. Dieses... Aber ansonsten freue ich mich, dass wir die ganzen Fahrzeuge in dieser ersten Staffel alle angeguckt haben. Wie gesagt, den Copter, den schauen wir uns auch noch an. Zumindest wäre das hier dann Geschichte, was ich hier gerade fabriziere. Ich weiß nicht, ob ich da durchkomme. Rückwärts macht der Lärm wie nix. Und kommt fast nicht vorwärts hier. Das gute Stück. Ja, 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 zieh dich durch, zieh dich durch, zieh dich durch da vorne. Komm mal endlich mal wieder auf die Gerade. Mit dem Fahrrad war das alles kein Problem hier, ne? Sehr, sehr geil. Ob ich durchs Wasser kann, weiß ich nicht. Das werden wir jetzt gleich lernen. Aber ist ja nur ein bisschen... Eigentlich wird man nicht nass, wenn man nur durch den Fütz fährt. So, ich gucke mal eben, wie weit wir sind. Aber ist hier gleich da. Digga, ich brauche noch ein paar von euch. Vergiss es. Ich habe tatsächlich gedacht, ich treffe vielleicht. Da ist auch noch eine Schatzkiste auf der Map. Da ist auch noch eine Schatzkiste auf der Map. Wir gucken mal, wie weit die weg ist gleich. Ich habe nur damit gerechnet, dass es Perales sind. Damit habe ich nicht gerechnet, Alterle. Da sind einige dabei jetzt, ne? Bobbe ich meinen Shotgun. Das ist sie nicht. Damit habe ich nicht gerechnet, dass da Perales dabei sind. Wo ist denn mein Wumme? Hier, Alterle, die habe ich gesucht. Die müsste doch aber dann theoretisch jetzt auch ein bisschen mehr Punkte gebracht haben, oder? 500. Ja, ja gut, so ist halt das Leben, ne? Wenn man irgendwas macht, wo man keine Ahnung von hat. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier ist die Schatzkiste angezeichnet. Die ist allerdings... Hm? Komm, wir müssen eh in die Richtung. Fahren wir mal drauf zu, würde ich sagen. Wo ist mein Chibi? Schön! Ach, ich liebe das mittlerweile, frei in der Welt hier unterwegs zu sein. Es wäre da, wenn ich jetzt schon mal ein kleines bisschen Übung für das, was in der Nomadenstaffel dann irgendwann kommt. Haha, aber wenn du ins Wasser gehst, kriege ich dich. Tut mir leid. Ich brauche die ja für die Quest. Ich werde danach nie wieder Hasen töten. Oh je. Ach, scheiße. Weißt du, was gerade das Problem ist? Ich dachte, er wäre ein bisschen schneller im Wasser. Das Problem ist, ich habe keinen Inventarplatz. Deswegen konnte ich ihn gerade nicht aufnehmen. Wenn wir raus sind, geht es wieder fix, ne? Guter Moment. Ist immer irgendwas mit den Fahrzeugen, oder? Alter, fahr mal. Komm schon, dass das jetzt so langsam hier ist. Kann doch nicht wahr sein. Viermal Antriebe. So, jetzt. Junge, Junge. Also, die Kiste wäre eine coole Geschichte. Und dann sehe ich da oben noch ein Ausrufezeichen. Das wäre natürlich auch eine coole Geschichte. Und abgeben wäre cool, ne? Aber jetzt sind wir zeitlich eh schon an dem Punkt. Ich würde einfach sagen, wir fahren vielleicht diese eine Mission noch mal. die wir da... Da werden uns ganz viele angezeigt. So, warte mal ganz kurz. Welche ist denn... Welche ist denn das hier noch? Das wäre die... Aber da bin ich jetzt gerade hergekommen. Freie sind immer zu. Also, gut, Leute. Komm, wir rauschen noch ein bisschen rum. An sich ist die Folge durch. Wir werden uns morgen beim Händler sehen. Abgeben. Gucken, welche Mission wir mitnehmen. Vielleicht noch mal kurz in die Wüste fahren. Ein bisschen Ölschiefer besorgen. Und jetzt heizen wir einfach nur rum, würde ich sagen. Da sollte ich vielleicht kurz gucken, ob da ein Schwein nachgespawnt ist. Ich glaube, hier drin ist eins. Ich gucke kurz. Aber hier bin ich jetzt erschrocken. Waren hier nicht Schweine drin? Nee. Ich hätte schwören können. Doch, da ist eins. Dann haben wir die nämlich auch bald. Erledigt, ne? Aber nur eins. Es sei denn, in ihrer Klappe hier vielleicht. Müssen wir mal außen noch kurz gucken. Nehme ich natürlich mit. Nee, ich habe keinen Platz mehr. Egal, komm. Von einem komme ich immer ins andere. Das liebe ich halt an dem Spiel. Ich gucke trotzdem kurz ums Gebäude rum, oder? Aber dann komme ich nicht mehr zur Quest. Jo, wir haben doch Zeit. Das ist gerade mal der Tag 101. Ich würde sagen, wir machen einfach morgen weiter. Weil jetzt irgendwie noch was zusammenschneiden. Ich fahre uns kurz zum Händler, würde ich sagen. Und er ist gut, oder? Der Wendekreis ist ein bisschen unbund jetzt. So, jetzt einfach nur hier raus und zum Händler. Wir sehen uns morgen, meine Lieben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir haben uns den Jeep gebaut. Ein Fahrzeug ist jetzt noch offen. Und eine Zombiesorte. Da habe ich noch nicht gesehen, ne? Sehr cool. Ich freue mich schon auf die Runde morgen. Wer weiß, was alles passiert. Bis dann. Ich freue mich schon.